Hallo Leute, mein Name ist Malik und wir sehen uns dann nach dem Intro wieder. Hey Leute. Hallo Leute, mein Name ist Malik und leider ist das hier heute die letzte Aufnahme von Heroes in Generals. Aber es wird danach World of Warships geben und ich bin heute nicht alleine. Denn wir haben einen Gast. Hi Leute. Es ist mein bester Freund, der Justin. Sag doch mal Hi. Hallo. Also wir kennen uns schon seit sehr langer Zeit und Heroes in Generals hatte ein Update, wie man es vielleicht sieht. Es gibt so eine Waffenauswahl jetzt, ist wirklich nice. Und der Justin wird heute ein bisschen dabei sein, denn leider, leider ist das hier heute unsere letzte Aufnahme. Und das muss, naja, gefeiert werden. Es waren jetzt nur zwölf Folgen mit dieser Aufnahme, aber Heroes in Generals ist einfach nicht für die Ewigkeit gemacht. Oh, wurde jetzt auch... Gut, dass mein Fahrrad nicht kaputt gehen kann, richtig? Ich hab so komplett gepanzertes... Oh shit, da ist... Das war schon gar nicht. Ich wusste es. Komikerweise zeigt mein Spiel nicht an, wer mein Freund und wer mein Feind ist. Und dann, dann muss ich immer so Shift und T drücken. Das ist halt echt... Oh mein Gott, jetzt ist der sogar ein Zug. Der war da noch nicht. Man muss immer gucken, ob da vielleicht irgendwer in den Bäumchen rumlungert. Und so mit so einer Kamera auf kleine Kinder immer achtet. Da war jemand. Boah, Alter, ist die Waffe klein geworden. Alter, unglaublich, dass der nicht mit dem ersten Schuss getötet hat, meine Waffe. Das ist echt schlecht. Scheiße, ja. Oh mein. Das ist ja jetzt noch schwieriger hier irgendwie. Oh. Oh. Okay. Ich kann so nicht sehen. Guck mal, wie klein das ist. Da kann noch niemand... Oh, geil. Jemand hat mir eine Kugel in meinen Arsch drauf eingesteckt. Ja, er hat sich... Er hat so gesagt, du riecht so gut. Und dann... Okay, ich glaube, ich habe dir das sogar geschickt, oder? Habe ich dir das geschickt mit diesen Hunden? Mit den Hunden? Wo sie dann... Wo der eine so sagt... Ja, keine Ahnung, wie der Name von diesem Vibe da war. Oder... Oder so. Nehmen wir einfach Aschira. Aschira, du riechst so gut. War natürlich alles in Englisch. Nein, okay, das kennst du nicht. Das schicke ich dir gleich. Gut. Okay. Ja, oh nein. Ich glaube... Ich habe das Mädchen geschickt. Nein, habe ich nicht. Oder doch. Ich werde sie nie, Leute. Ich vergesse alles. Alles. Und jeden. Okay. Man kann so doch gar nicht gucken. Was? Alter, ist die Waffe klein. Ich kann so nicht gucken. Oh nein. Jetzt hat er mich gesehen. Oh. Aber trotzdem. Da kommt noch einmal... Oh. Er ist tot. Leute, da muss... Das ist nicht... Ja. So kann man es. Oh ja. Das ist gut. Oh, jetzt ist aber alles irgendwie viel näher. Muss man sich auch dran gewöhnen. Aber gut, aber gut. Wir können das. Wir sind stark. Du, wir müssen... Wir müssen unbedingt zusammen auf dem Fahrrad. Und ich möchte meinen... meinen Freunden... Oder meinen Zuschauern... Sechs Leute... Das mal bitte zeigen. Mit dem riesigen Kopf. Ich glaube, ich habe den das sogar schon geschickt. Nicht geschickt, sondern gezeigt. Leute. Ich werde verrückt. Wir sind im Krieg. Jeder ist... Jetzt ist dieses... Oh, die Waffe ist schon wieder so mini klein. Man wollte mich ja nicht verarschen. Ich kriege so viel. Mann. Guckt euch doch mal an, wie klein die Waffe ist. Da wird ja nur herangesoomt. Oh mein Gott. Aber gut, aber gut. Mit dem... Okay, also... Oh, oh, oh. Da kommt irgendwer. Look. Der... Oh, der hat eine panzerbrechende... Ist er tot? Ein Raketen. Ja, er ist tot. Ich komme zu dir. Wo? Oh, Karabiner 98 kurz speziell ist. Yeah. Ach so, Leute. Es wurde ja geupdatet und jetzt ist alles aufs... Zurückgesetzt. Also die ganzen... Skills. Was heißt Skills? Die ganzen... Die ganze Erfahrung wurde jetzt zurückgesetzt. Und eins. Ja, und ihr habt es halt jetzt... Viel schwieriger. Hier irgendwas zu lernen oder so. Wo schon mal gekillt? Oh ja, ich sehe dich. Hallo, das ist da vorne, das ist mein Freund. Oh, da haben wir jemanden. So, zwei Leute. Shit. Ich muss mal wieder heilen. Ich habe hier irgendwo... Schon wieder der. Okay, er ist tot. Nein, er lebt doch. Der hat eine ganz lange gebrochen. Das ist wahrscheinlich nicht. Oh shit, der kommt... Bitte hilf mir. Ja, ich komme. Oh. Ja. Kill den. Ich stehe. Hilf mir, Alter. Ja, bitte. Oh, er ist tot. Nein, er ist nicht. Er hat mich angeschossen. Er ist tot. Alter, wie mich hier wirklich niemand sieht. Wie geil. Aber meine scheiß Waffe ist so mini klein. Und jetzt... Und die Maus-Sensibilität ist so riesig. Okay, okay. Also auf... Oh shit, auf mich wird geschossen. Oh man, Mist. Mist. Ich... Kann das bloß sein. Endlich. Yes. Oh ja. Was passiert mit Leuten, die mit mir rummachen, ohne gefragt zu haben? Safer 6, Leute. Oh, das war sogar ein Headshot. Der wollte mich holen. Der weiß, dass ich hier bin. Oh nein. Was? Oh oh. Sieht ihr mich? Keine Sorge, wir kommen... Ja, Infanterie. Moment, was ist das? Oh, ich... Ich hab den echten Headshot verpasst. Oh mein Gott. Oh, der kommt direkt auf mich zu. Wer kommt? Ja, die Leute hier. Wenn es das Sprachchat geben würde. Oh. 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 Was? Das war so geil, Alter. Der kommt so aus dem Auto raus und ich geb ihm direkt einen Schuss ins... Oh, das war so geil. Das musst du dir gleich angucken. Ne, nicht gleich, sondern morgen. Das ist ja morgen Donnerstag. Das sollte mich nicht so aufregen, aber das war geil. Das war wirklich geil, Leute. Okay, jetzt erstmal. Mausempfindlichkeit deutlich runter. Auf jeden Fall. Mir wird wieder schwindelig. Oh, da ist die Polizei. Vollbild erweitert. Alles natürlich auf hoch. Nur für euch. Echtes Vollbild. Natürlich. Hä? Was meint ihr denn da mit echtes Vollbild? Keine Ahnung, da gab es irgendwie so eine Einstellung in den Grafikeinstellungen. Echtes Vollbild. Ja, ja. Aber jetzt ist meine Mausempfindlichkeit ein bisschen weiter runter. Und meine Sicht... Mein Field of View... Oder mein Sichtfeld ist... Ja, ganz unten. Ich sehe euch. Alter, wie man... Mein Gott. Er wollte mich doch echt offen haben. Und er ist auch schon direkt tot. Und er auch. Leute, Alter, ich bin der Pro. Warte mal, der ist noch nicht tot? Ich sehe da aber niemanden. Ach komm, wir brauchen ihn. Wir nehmen nicht sein Auto, wir sind ja keine Diebe. Er hat nur sein Leben genommen. Das ist alles. Das ist was völlig anderes als Autos klauen. Außerlegen. Ach, und Justin... Irgendwie wie bleibt mein Handy die ganze Zeit. Ich glaube, meine Freundin... Das ist meine Freundin. Justin, du weißt, was ich meine. Die rechte Hand. Meine... Meine Linke. Neuerdings benutze ich die Linke. Ach, ja, würde ich... Das ist beidräglich. Ja, aber mit welcher Hand... Oh... Guten Tag. Mit welcher Hand benutze ich dann... Das Handy? Oh, mein Gott. Na, was ist... Welche Mal verwürzt du? Jetzt hört euch die Sinsum hier an, Leute. Oh, und ist einer? Ja. Ah. Und... Ja, ich... Deswegen, Leute, ich brauche... Einsteig zu wenig zu hoch. Oh, schade. Oh, du hast ihn gekillt. Nein. Ich habe ihn angeschossen. Ich habe ihn getötet. Oh, mein Gott. Wie kommt das denn? Oh, mein Gott. Auf mich... Ich wurde getroffen. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Hinten auf den Tag. Da, ich sehe ihn. Ja, ich bin tot. Mist! Kannst du aber auch aufheben? Ja, kannst du. Dies gut. Mit E kannst du. Nee, man wird nicht angezeigt. Die hast du noch angelegt bei dir. Ja, habe ich das noch? Oh, shit. Boah, Leute, Alter. Das ist total anders irgendwie. Und aus irgendeinem Grund sehe ich meine eigenen FPS. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber bei mir läuft es gerade konstant auf. So, ca. 40. Ja, ich habe einen getötet. Und eine Medaille. Obwohl ich meine... Oh, da ist noch eine Medaille. Ich möchte eine Waffe auf der Erseleischung des Faktors. Oh, nein. Ich habe mein Fahrrad vergessen. Ich muss es holen. Tut mir leid, Leute. Ich muss jetzt echt mal meine SMS checken. Oh, wo? Oh, ja. Nein. Yes. Okay, Leute. Guckt euch das an. Seht euch mal den kleinen Kopf von den Typen an. Guckt euch das an. Und der große Körper. Oh, mein Gott. Das ist einfach so total behindert. Oh, da ist jemand. Das sind sogar richtig viele Leute. Alter, meine Waffe ist voll gut im Töten. Wo ist der Typ hin? Von da werde ich irgendwo abgeschossen. Willst du scharschen, Alter? Direkt mal reporten. Wo ist der Typ hin? Scheiße. Ey, auf mich wird geschossen. Deswegen kann ich nicht auf den Fahrrad, Alter. So ein Scheiß-Kopf schossst du. Oh, ja. Man kriegt jetzt viel mehr XP zum Verwunden. Das finde ich auch gut. Weil irgendwie... Oh, mein Gott. Nee, witsch. Oh, mir ist einer. Ja. Ich sehe den aber noch nicht. Nee, doch. Ich sehe... Willst du seine Waffe mal ausprobieren? Ich will seine Waffe haben. Komm her. Und ich hatte eine Musik in der Gatt. Warte mal. Oh, mein Gott. Der hat... Die ist voll cool. Ich will die auch aufnehmen. Kannst ja meine haben. Du wusstest, sie ist einfach. Da, bei seinem toten Körper. Da, genau, dort ist sie. Ich sehe sie nicht. Geh zum Baum hin. Da warst du krampig. Oh nein, ich habe meine Waffe ja immer noch. Tut mir leid. Du kannst meine Waffe nicht aufheben, solange ich tot bin. Nicht solange ich tot bin. Ich habe noch eine Granate. Alter, diese... Oh, mein Gott. Du weißt schon, dass du mit den Granaten mich auch teuken kannst. Oh, mein Gott. Diese Waffe ist echt scheiße. Du, da oben ist einer. Beim... Beim Baum. Oh, da ist er irgendwie. Komm her. Oh, der hat die gleiche Waffe wie ich. Wahrscheinlich ist das der... der Typ, den ich getötet habe. Der sind ja im Baum. Ja, der Quart, der sucht mich gerade. Und jetzt, warte. Schälfte, muss nur rausklappen. Ja, ich habe versucht, ihn jetzt ein Headshot zu geben, aber es hat... Oh, steht auf mich, wird geschossen, aber ich weiß halt nicht von wo. Von oben kommt ein Ding. Von oben war es. Ich sehe ihn. Wir sind es. Ich habe gewohnt, verwundet. Nochmal verwundet. Das sind zwei. Ich habe zwei Leute auf einmal mit dieser Waffe getötet. Und steht auf mich, wird schon wieder geschossen. Wieder schnell weg hier. Versuch uns ein Ding jetzt klar. Anlag, Anlag, Anlag. Du weißt, ob es nur Weltwirtier ist. Ja. Ich habe zwei Leute hier getötet. Ja, das heißt, das sind noch Waffen für mich. Ja. Brrm, brrm. Oh, oh. Komm drauf, mein Kleiner. Wo die Waffe haben. Steig auf, mein. Steig auf, mein Treu ist gestillt. Wo ist die Waffe? Das ist ein Zusammenbild. Direkt da unten. Oh. Direkt da unten. Sehe nichts. Oh, nein, ich wollte nicht absteigen. Ja. Oh Gott, der Kopf. Oh, hier ist dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Oh mein Gott, das ist ein toter Körper. Krass. Aber gerade mein toter Körper. Oh mein Gott, ich wurde angeschossen. Tschüss, Leute. So geil. Wir halten wir ab. Ich krieg zu viel. Ja, komm, 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 wir müssen. Das ist voll cool. Oh, oh. Du musst aufpassen, dann tötet ich dich. Ich geh hinter denen hier. Alles klar. Und ich guck jetzt, ob irgendwer hier uns folgt. Okay, dann tun wir mal ein bisschen Sniper hier. Scheiß, Alter, ich hätte... Und ein Sniper. Ihr willst meine Waffe haben? Ja. Die ich jetzt hab. Alles klar. Da, sie ist auf dem Board. Nice. Cool, ne? Alter, wie klein ist die? Hey, hey, da, da sind Leute. Hier sind Leute direkt neben uns. Ich hab ihn getötet. Ja. Ja, versuch's gut. Was denn? Was? Was denn? Hier ist die gleiche Waffe. Nimm die, die hat mehr Munition. Nice. Was? Hast du die Waffe gehabt? Nein. Ich hab die für den Typen abgeknüpft. Den wir schon die ganze Zeit umbringen. Oh mein Gott. Oh, wenn ich jetzt einen Treffer landen könnte mit die, auf diese Distanz. Alter, die Map hier hat sich übrigens geändert, Leute. Und sind welche? Ah, schnell, schnell, wir müssen das Ding uns holen. Irgendwann wundet? Gut zu nachladen. Nicht weg. Komm drauf. Komm hier, steig auf mein treues Gestüt. Nein, schau dir los. Hallo, es ist das Ambiente. Wir müssen hier oben bleiben. Nein, da ist schlecht zu z- äh, zu snappern. Wir müssen weiter nach vorne. Ja, wir bestimmen. Tut mir leid, aber du wartest ja nicht. Hier ist gut, hier ist wirklich super. Das war ein paar Meter, aber zu Spaß. Natürlich will ich dich nicht verarschen. Aber irgendwie. Du musst aufpassen. Bleib an der, am besten geduckt, oder das ist ein Panzer, das Panzer? Der guckt raus, der guckt raus. Ich hab mich getroffen. Wow, getroffen. Ja. Wenn nicht, da oben. Oh, ich wurde umgefahren. Schnell. Schau. Ja, du wolltest auch umgefahren. Okay. Jetzt wird es Zeit, jemanden noch mehrmals umzubringen. Das ist Revenge, you bitch. Das ist Revenge. Oh, was ich vergessen habe. Oh, was ich vergessen habe zu sagen, Leute. Ich hab die Zusage zur Adventure-Map gekriegt, aber leider kann ich diese Adventure-Map nicht spielen. Justin, vielleicht kennst du sie von Minecraft, die Sunken-Island-Map. Äh, diese Map kann ich leider nicht spielen, weil der Entwickler gerade ein paar Probleme mit der Map hat, weil irgendein Item, was du halt brauchst, um das Spiel halt, um diese Map richtig zu spielen, nicht dir gegeben wird. Und auch aus welchem Grund auch immer. Und er sagte, dann soll ich mir die irgendwie geben. Er sagte selbst, ja, mach's irgendwie. Mach dir halt, ähm, mit too many Items. Aber ich weiß halt nicht, welche. Ah, mein Gott. Bitte, Teufel, treffe ich nicht. Endlich. Äh, mit too many Items soll ich mir dann halt diesen, diesen, äh, dieses Item geben. Weil, du bist wirklich zurückgekommen. Woher hast du das? Das war nicht. Verwenden, das ist mein. Nein, meins. Er findet das falsch. Du hast es auch geanlagt, ne? Ja, das war auch. Das war schon was? Cool. Seht euch seinen Kopf an. Dieses, diesen Körper. Aber ja, ich möchte halt, äh, nicht, nicht mehr die Mühe machen. Und wir dann halt too many Items installieren. Oder auch generell, cheaten ist für mich nicht so richtig das wahre. Auch wenn es zum Wohle des Spiels ist. Oder halt zum Wohle der, äh, der Aufnahme. Ich möchte es nicht. Und deswegen werde ich mir eine andere Map raussuchen. Ich weiß noch nicht welche. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, das sind eh keiner macht. Aber, äh, äh, wem, wen es interessiert Adventure Maps. Deswegen schreibt doch mal in die Kommentare, welche Map ihr gerne von mir sehen würdet. Und übrigens, wir kriegen gerade Besuch von, von... Ja, ist jeden unten. Ja, ich hab ihn einmal getroffen. Das heißt, er wird heute jetzt einfach fertig sein. Ah, okay. Ich hab ihn sogar getötet, Alter. Wie? Ich bin gar nicht mehr getroffen. Ey, wir kriegen von rechts, Leute. Ich hab einen getötet, aber da ist noch einer, der... Äh, er wurde getötet. Aber auf, auf uns wird geschossen. Sogar sehr, sehr stark. Ich seh ihn. Oh, er schiebt auf mich. Ja, ich, ich, ich krieg noch mehr Schüsse. Hinten. Der Panzer kommt hoch, oder? Scheiße, ah, ich bin tot. Mist, ja, du kannst mir eine Waffe haben, wenn du willst, ne? Die Macht 55, oder so... Warte, ich... Ich hab die geupgradet, und zwar den Barrel. Jetzt macht die, glaub ich, 60 Schaden. Was ist los? Ja, meine... Da hängt das Spiel auf. Dein Spiel hat sich aufgehangen. Oh, shit. Das ist natürlich gar nicht gut. Deutschland gewinnt, wie immer. Naja. Nicht wie immer. Ah, jetzt. Wieder. Ja, oh, geil. Ähm. In World of Warships... Ich sag's euch, ich sag's euch... World of Warships wird viel besser. Das wird echt super. Äh. Leute, Leute. Ich, äh... Ich werd keinen neuen Account machen. Ich, äh... Hab zwar so richtig viel... Viel Erfahrung schon, und hab auch schon... Ein... Das war, glaub ich, ein Cruiser. Hm, ich weiß nicht. Ich bin mir sicher, dass das ein Cruiser war. Das war jetzt kein dickes Schiff, sondern hat halt nur dicke Kanonen. Ja, dicke Kanonen. Und das ist halt alles. Äh... Geschwindigkeit war so ca. bei 20 Knoten, glaub ich. Ne, Geschwindigkeit war bei 19 Knoten. Mit full upgraded. Ähm. Eingetötet. Cool, da ist... Ne, du bist das gar nicht. Oh ja, Mann. Das ist ein... Oh, er wurde schon getötet. Das ist, äh... Sehr, sehr schade. Ja, jemand klaut mir hier gerade die ganzen Kills, deswegen... Woran? Deswegen, ich werd mit dem Cruiser... Mit den dicken Kanonen, die wirklich viel Schaden machen. Ich glaub, das war 500 Millimeter. Oder 300 Millimeter. Irgendwie sowas. Mit dem werd ich halt weiterspielen. Wem das nicht passt, sagt es. Und, äh... Das hat nicht. Lol. Wenn die Kugel jetzt durch den durchgegangen wäre, und... Und die ganzen Leute, äh... Weißt du? Die verwundet hätte. Das wär so geil. Und, Leute, wir haben in ein paar Sekunden gewonnen. Ah! 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 Ziel verteidigt? Ah! Ja, Leute, das war's. Schade, dass dies die letzte Folge ist. Ich weiß, aber... Heroes in Generals ist halt kein Spiel, das auf die Ewigkeit gemacht wurde. Zumindest für mich. Ähm... Ich werde aber trotzdem weiterspielen. Und... So weitermachen, dass ich dann bald das Zielfernrohr mir kaufen kann. Und dann werde ich ein paar Videos, wo ich Sniper spiele, äh... Auf meinem eigenen Kanal hochladen. Also... Schaut doch einfach mal dort vorbei. Der Link ist in der... In der Videobeschreibung. Deswegen, vielen Dank für's Zuschauen. Zum Zuschauen. Und, äh... Ja, Justin, hast du noch was zu sagen? Mh... Nö. Okay. Dann, äh... Tschüss!